Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bastelvideo. Heute basteln wir was fürs Oktoberfest. Für die Bierkrüge brauchen wir Brauselippenstiftdeckel, kleine Plastikringe, Schaumstoff und Bucheinwandfolie in gelb und rot. Die Brausedeckel zunächst kürzen und dann die Plastikringe halbieren und an die Deckel kleben. Jetzt ein Stück gelbe Buchfolie abschneiden und in das Glas hineingeben, anschließend auch noch rote Folie hinzugeben, das macht einen besseren Farbton für das Bier. Jetzt aus Schaumstoff die Bierkrone ausschneiden und aufkleben. Und fertig sind die zwei Maße. Für die Brezel brauchen wir einen Draht und einen Nylonstrumpf. Den Nylonstrumpf erst ein bisschen kürzen und dann an den Draht ankleben. Die Brezel dann in die gewünschte Form biegen. Jetzt noch mit Acrylfarbe bemalen und später noch mit einem weißen Stift die Salzkörner aufmalen. Für das Lebkuchenherz brauchen wir nur Eier- oder Erdbeerkarton und eine kleine Schnur und Geschenkband. Aus dem Eierkarton schneiden wir zwei Herzen aus und kleben sie aufeinander. Jetzt das Herz mit brauner Acrylfarbe bemalen und anschließend die rosane Schnur auf das Herz kleben. Mit einem weißen Stift beschriften und anschließend noch das Geschenkband als Schnur anbinden. Für die bayerische Tischdecke nehmen wir einfach eine Frühstückstüte und malen das bayerische Muster auf. Dann kann ich nur sagen, oh zopft es. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis bald. Eure Steffi. Tiere Steffi. Tschüss. Und jetzt bitte geht's dir vielleicht, bis bald.